Herzlich Willkommen zu iPad for Productivity, dem Podcast für den produktiven Einsatz des iPads im Business. Ich bin Thorsten Jickel und ich mache Unternehmen mit dem iPad Produktiver. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei einer weiteren Episode von iPad for Productivity und ich muss mich erst mal entschuldigen, dass ich so lange nicht hier aktiv war. Die langjährigen Kunden von mir wissen vielleicht, dass ich seit Start der Corona-Zeit sehr, sehr viele Live-Streams für meine Kunden durchgeführt habe, denn viele meiner Kunden haben mich angesprochen und haben gesagt, oh, wir haben große Veranstaltungen, die wir eigentlich absagen müssten. Können Sie uns da helfen, die ins Internet zu bringen? Und genau das habe ich seit letztem Jahr Februar, also ziemlich genau ein Jahr gemacht und das tue ich natürlich auch weiterhin. Aber die alte Leidenschaft iPad bleibt natürlich bestehen und natürlich begleite ich sie auch weiterhin und jetzt auch wieder regelmäßig mit dem Thema iPad. So viel erst mal zu den organisatorischen Dingen. Jetzt natürlich sehr viel wichtiger. Was hat Apple heute vorgestellt? Heute heißt am 20. April 2021 war ja Apple Keynote und es wurde einiges vorgestellt. Es wurde zunächst einmal vorgestellt, die Apple Card Family in USA, dass man dort auch ab 13 Jahren Familienmitglieder mit einer Kreditkarte mit ausrüsten kann. Das mehr ein amerikanisches Thema. Interessant wird es dann aber auch durchaus hier in Deutschland mit der neuen Podcast-App, die zum einen es leichter machen wird, Podcasts zu finden, also mit Kanälen, mit Empfehlungen und ganz interessant für diejenigen von Ihnen und von euch, die vielleicht selbst Podcasts anbieten, es wird eine Möglichkeit der Monetarisierung geben, also dass man dort bezahlte Abonnements, Subscriptions dort anbieten kann. Ja, dann zwischendurch wurde es mal bunt. Und zwar gibt es die lila, dunkellila, so als neue Farbe für das iPhone 12 Purple. Wurde hier groß angekündigt. Ab dem 23.04. bestellbar, ab dem 30.04. da. Ja, dann die erwarteten Apple AirTags. Also dieses Mal war es wirklich so, dass die Dinge, die präsentiert wurden, fast alle vorher erwartet wurden. Ich persönlich hätte noch einen Apple Pencil der dritten Generation erwartet, der kam leider nicht. Aber die neuen iPad Pros kamen vielleicht so viel schon mal vorweg. Was es auch gab, sind die AirTags, so wurden sie auch schon in den Leaks bezeichnet. Nehme ich die ungefähr, die erfahreneren von Ihnen wissen noch, was es ist, so 5D-Mark große Münzenartige Dinge, die man sich irgendwo dranhängen kann. Die gibt es mit dort auch Accessoires, also als Schlüsselanhänger, als Kofferanhänger. An den Rucksack kann man die dranhängen. Und damit kann man mit der Find My beziehungsweise Find Me Applikation dann Sachen orten. Die Dinge sind auch personalisierbar. Die kann man dort gravieren beispielsweise. Und einer kostet 29 Dollar und vier Stück wird es für 99 Dollar geben. Bestellbar ab 23.04. Ab 30.04. wird ausgeliefert. Dann das lange ersehnte neue Apple TV 4K. Jetzt auch, also 4K war es vorher schon, mit A12 Prozessor, damit leistungsfähiger. Das ist aber vor allem für diejenigen von Ihnen interessant, die das Ding vielleicht auch zum Spielen nutzen wollen. Eine ganz pfiffige Funktion hat Apple eingeführt, eine Farbkalibrierung. Das heißt, die Idee ist, sie müssen nicht lange in die Farbeinstellung ihres TVs gehen, sondern wenn sie, auch dann passt das Apple TV seine Einstellung so an, dass die Farben möglichst echt rüberkommen. Und das Ganze wird so gemacht, dass das iPhone praktisch dann mit der Kamera das Ganze aufnimmt und dann werden die Farben automatisch eingestellt. Natürlich will man dann nur noch über das Apple TV auch ferngucken, weil die Glotze sonst nicht so gut eingestellt ist. Ziemlich schlau gemacht. Es gibt eine neue Alu-Fernbedienung, die erinnert mich so ein bisschen an die alte, die es früher gab. Sie erinnern sich vielleicht an diese Alu-Fernbedienung, die es früher für die Apple TVs gab. Die mochte ich sehr, sehr gerne. Und das ist eine Mischung. Das heißt, es gibt ein Clickpad und das ist touchfähig, also so wie bei der letzten Generation. Und man kann aber trotzdem auch drehen. Also es ist so eine Mischung aus der alten Fernbedienung, aus der neuen Fernbedienung. Und Sie haben die Möglichkeit, auf der Seite die Siri-Taste zu haben und den Fernseher können Sie an- und ausstellen und auch entmuten mit der Fernbedienung. Ab 30. April bestellbar, ab Mitte Mai verfügbar, 179 Dollar für die 32 GB Variante und 199 für die 64 GB. Die deutschen Preise liefere ich gerne nach, sobald sie da sind. Ja, dann auch die erwarteten iMacs mit M1. Also die iMacs mit M1 schauen vom Design aus, als würde man ein großes iPad Pro ein bisschen größer machen und den entsprechenden Fuß. Also von der Seite her schaut es ungefähr so aus wie ein iPad Pro, auch mit dieser neuen Tastatur. Sehr schick, 11,5 mm dickes Display, 24 Zoll Display. Dadurch, dass das Ganze sehr schmale Bildschirmränder hat, ist es nur etwas größer als das 21 Zoll Display. Es hat eine 1080p, also eine Full-HD-Facetime-Kamera mit einer automatischen Bildoptimierung. Die soll laut Apple ein signifikant besseres Bild liefern, als das viele andere Kameras machen und auch die Mikrofone und die Lautsprecher sind deutlich besser geworden. Typischer Marketingsprech, 85 Prozent schneller als die Vorgänge iMacs. Ja, die waren auch uralt. Da ist es auch nicht so schwer, 85 Prozent schneller zu sein. Wobei das Ganze auch wirklich so ist, dass die Dinger schon durch den M1-Prozessor natürlich sehr, sehr schnell sind. Denken Sie nur daran, wenn Sie den M1-Prozessor nutzen, auch übrigens, wenn Sie sich ein MacBook holen, wenn Sie sich einen Mac Mini holen, dass Sie Software haben, die das Ganze unterstützt. Also Sie wissen, ich bin ja viel im Bereich Livestream unterwegs und die Software Mimo Live, die ich dafür einsetze, ist nativ noch nicht M1 optimiert. Dann ist das so, dass wenn Sie solche Programme haben, die noch durch die sogenannte Rosetta-Software nochmal umgerechnet werden müssen. Und das ist dann gerade bei komplexeren Tätigkeiten manchmal sogar langsamer als unter den letzten Intel-Rechnern, die Sie dort hatten. Also deswegen für Livestreamer würde ich da entsprechend noch vorsichtig sein, zumindest mit Mimo Live. Ecam ist beispielsweise mittlerweile schon mit M1 unterwegs. Also Sie sollten generell darauf achten, gerade wenn Sie im Bereich Videoschnitt, im Bereich Grafikverarbeitung sehr spezielle Dinge machen, dass Sie dort darauf achten, dass Sie auf alle Fälle dort Software haben, die schon nativ, also wirklich die eben die Architektur des neuen Prozessors unterstützt, also nativ dort optimiert ist. Ja, das Ganze hat einen magnetischen Stromanschluss wieder. Ganz schön, dass man da nicht aus Versehen den vom Schreibtisch runterreißt, wenn man am Stromkabel stolpert. Und was auch ganz schnuckelig ist, der Netzwerkanschluss ist am Netzteil. Dadurch etwas weniger Kabel, ich sage jetzt mal ein Kabel weniger, was nach oben geht. Denn so wie beim alten iMac ist es immer noch so, dass Sie dort hinten die USB-Anschlüsse haben. Ich konnte es nicht ganz genau erkennen, aber es sah so aus, als wäre der Audioanschluss an der Seite. Also da ist dann auch die Frage, na, ist das so schicker, wenn man dann dort den Lautsprecher einsteckt? Aber man kommt entsprechend dort auch leicht natürlich hin. Also insgesamt sehr schön. Das Ganze gibt es in sieben Farben, schön bunt. Es gibt unterschiedliche Tastaturen. Es gibt eine mit dem 10er Block. Es gibt zwei ohne. Und bei dem zwei ohne gibt es eben einmal einen mit Zusatztasten, wo Sie für die Emojis zum Beispiel noch eine zusätzliche Taste haben. Und es gibt eine, wo Sie eine drahtlose Touch-ID drin haben. Auch ganz praktisch, muss ich wirklich sagen, kommt immer mehr, dass man statt der Scan-Words mit der Touch-ID arbeiten kann. Ja, die Dinger kosten ab 12,99 Dollar, ab 14,99, wenn Sie die ein bisschen flotter haben wollen. Und auch, ich glaube, zwei der sieben Farben kosten etwas mehr. Ich vermute mal, das Alufarben wird etwas mehr kosten wie immer. Also das heißt hier die entsprechenden Dollarpreise. Ja, dann kam für mich das Highlight, zwar erwartet, aber trotzdem ein Highlight, das iPad Pro mit M1. Also wirklich jetzt die gleiche Prozessortechnologie in Mac und iPad. Die Geräte wachsen immer mehr zusammen. Und wenn Sie schauen, wie leistungsfähig so ein iPad ist, dann ist es in vielen Bereichen wirklich leistungsfähiger als ein PC, als ein Rechner. Gerade wenn Sie im Bereich Video, im Bereich Fotoverarbeitung unterwegs sind und gerade das große 12,9 Zoll iPad hat jetzt die gleiche Technologie des Displays, nämlich ein XDR-Display mit 1000 Nits, also der Helligkeit, ein sehr, sehr helles, wo Sie laut Apple die gleiche Bildschirmtechnologie haben wie bei diesem großen, schweineteuren Display. Das Mini-LED-Technik war auch so erwartet. Also ein sehr brillantes, sehr kontraststarkes mit 1 zu 1 Million Kontrastverhältnis, mit Dolby Atmos Audio, also sehr, sehr schönes, tolles Display. Auch mit besseren Kameras, mit dem LiDAR-Scanner aus eben Laser und Radar. Die Frontkamera mit eben 12 Megapixel, mit Ultra-Wide-Technologie und dazwischen können Sie auch noch so einen sogenannten Center-Stage-Bereich auswählen. Also immer klasse. Was super, super toll ist, das finde ich toll, sind zwei Funktionen. Die eine, da hätten Sie gar nicht ohne das machen dürfen, ist 5G-Unterstützung. Also ich sehe es jetzt, ich habe mittlerweile auch meinen Telekom-Tarif auf 5G abgegradet und das ist sogar mit einer Vertragsverlängerung etwas günstiger geworden. Also deswegen, und Sie wissen ja, Sie können bis zu drei SIM-Karten, können Sie dort auch auf einem Telekom-Tarif, meistens auch bei Vodafone, haben. Das heißt, ich habe eine drin eben im iPad, eine im iPad Mini, eine im iPhone, beziehungsweise nachdem meine Frau mein iPad Mini konfisziert hat, weil sie darauf ihre E-Books liest, habe ich jetzt eins in einem Router von Netgear, dem Nighthawk, der auch nochmal sehr, sehr leistungsfähig ist. Also 5G und was ich total genial finde, USB-C gab es ja schon vorher, aber Sie haben jetzt eine Thunderbolt-Unterstützung. Damit können Sie deutlich mehr Peripherie anschließen und so wie ich es verstanden habe, externe Displays dann auch wirklich so ansteuern, dass das nicht nur gespiegelt wird, sondern dass Sie das auch wirklich mit separaten Inhalten ansteuern können. Das muss man aber nochmal verifizieren. Also ich bin jetzt wirklich unmittelbar nach der Keynote hier in den Podcast gegangen, da werde ich Ihnen die nächsten Wochen immer nochmal Updates dann geben. Die gute Nachricht ist, Ihr bestehende Apple Pencil, Ihre bestehende Tastatur können Sie weiterhin nutzen. Also ich habe ja dieses Magic Keyboard mit dem Trackpad, kann ich sehr empfehlen, gerade wenn Sie dann auch ab und zu mal auf ein PC darauf zugreifen, weil die wird durchgeschleift. Also das ist wirklich klasse, die kann dann verwandt werden. Ja, Sie können auch bis maximal 2 Terabyte Festplatten in Anführungsstrichen Kapazität kriegen, also richtig viel Speicher. Natürlich ist das ganze Ding 50 mal schneller, 50 Prozent schneller als das alte iPad davor. Der witzige Vergleich, 75 mal schneller als das erste iPad. Damit habe ich mein Geschäftsmodell damals begonnen, Unternehmen mit dem iPad produktiver zu machen. Die Grafik 1500 mal schnellere Grafik als im iPad 1 und zumindest nochmal 40 Prozent schneller als im letzten. Und ich habe die vorletzte Generation des iPads im Moment noch, die 2015er. Und die ist, oder 16er glaube ich, also jedenfalls habe ich mal was ausgelassen. Und die ist immer noch ratzschnell. Also das ist wirklich, wirklich klasse dieses Gerät. Ja, Preise 11 Zoll ab 7,99 Dollar, 12,9 ab 1099. Also die üblichen Preise. Wie immer wird es natürlich deutlich teurer, wenn Sie mehr Speicher reinnehmen. Das ist immer das Übliche. Ich empfehle immer das Ganze so zu machen, dass Sie auf alle Fälle immer mit SIM-Karte sich das Ganze bestellen. Und wenn Sie einfach mal auf Ihrem bestehenden iPad gucken, wie viel Speicher Sie verbrauchen. Das sieht man unter Einstellungen, Allgemein Info. Und da die nächstgrößere Speicherstufe sollten Sie nehmen. Also wenn Sie jetzt irgendwie eine 40 GB verbrauchen, dann sollten Sie eine 64 GB nehmen. Wenn Sie 100 haben, 128. Also dass Sie immer so ein bisschen Puffer haben. Also natürlich immer, wenn Sie viel mit Videos, wenn Sie viel mit Musik arbeiten, viele Bilder haben, dann sind es natürlich immer etwas mehr Speicherdinge, die Sie brauchen. Aber Sie können ja auch mit vielen Diensten das so einrichten, dass Sie eben selektiv die Dinge nur aufs Gerät holen. Und das geht ja sowohl mit dem mitgelieferten iCloud als auch mit Diensten wie Dropbox oder sogar mit Netzlaufwerken, wenn Sie es über den Filebrowser Pro machen. Ja, so viel erst mal zum dem Thema. Was gibt es Neues bei Apple am 20.04? Unversprochen, jetzt gibt es auch regelmäßig wieder was von mir auf die Ohren zum Thema Produtiver mit dem iPad. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Ihr Thorsten Jickel. Das war eine weitere Episode von iPad for Productivity, dem Podcast für den produktiven Einsatz des iPads im Business. Ich bin Thorsten Jickel und ich mache Unternehmen mit dem iPad Produtiver.